Hier haben wir noch ein schönes Weltereignis, Paulas Traum etwas ruhiger. Viel Spaß! Es ist genau, wie du es dir vorgestellt hast. Paula, mein Herz! Schau dir das an! Hallo, Fremde. Was ist das für ein Ort? Gefällt es dir? Meine Frau und ich haben es aus uralten Steinen gebaut. Es ist das Haus der Träume und Erinnerungen. Gebaut aus Sommerfäden und sanften Briesen. Es ist schön. Paula und ich sind weit gereist. Was haben wir alles gesehen und getan? Und mit weit meine ich ferne Lande, jenseits deiner Vorstellungskraft. Jeder Stein dieses Schlosses ist ein Andenken an unsere Abenteuer. Deine Reisen haben dir Weisheit gebracht. Ja, und hier ist sie. Es ist gut, sich auf morgen vorzubereiten. Aber vergiss nie das heute. Heute, diese Stunde, dieser Augenblick ist ein kostbares Geschenk. Paula und ich werden aus dem Fenster über das grüne Englerland blicken und in Erinnerungen an unsere Reisen schwelgen. Vom Fenster aus können wir die Abenteuer neu erleben. Da ist sie schon. Ich muss zu ihr. Danke für deine Worte, mein Freund. Ciao. 類φ. Hallo. 久w Scriptureson. Weißt, wie Sie Vai fotografiert sind? Was ist das? Wie ist das? Tut Crunch? Tut situated. Vielen Dank.